Ja hallo, mein Name ist Tobias und ich komme von der Predicate aus Bonn. Heute geht es um das Thema Service Meshes und zwar konkret um Istio. Das hier ist das Folgevideo zu meinem letzten über Service Meshes im Allgemeinen und heute werden wir uns wirklich konkret Istio anschauen und ich kann schon mal warnen, es wird sehr technisch. Wir werden uns die Istio-Konfigurationsdateien, also hauptsächlich im YAML-Format, im Detail ansehen und alle Features, die ich beim letzten Mal über Service Meshes allgemein beschrieben habe, anschauen und durchgehen, wie man sie mit Istio konkret realisieren kann. Istio ist ein Service Mesh, was hier eine schöne Webseite hat, was man mal anerkennen muss, eine sehr gute Dokumentation hat. Es ist zusätzlich Open Source und hier natürlich auch bei der Cloud Native Foundation in deren Landscape gelistet im Bereich Service Meshes. Da ist hier Istio drin. Die Service Meshes rangieren hier im Bereich Orchestration und Management und man muss sich das Linker natürlich mit dem Linker D kurz vergleichen. Der Linker D ist ja Incubating, das ist ja nicht gerade der Ritterschlag für so ein Projekt, aber man kann schon mal sowas sagen, vielleicht wie ein Knappe. Und um in dem Vergleich zu bleiben, das Linker D hat allerdings nur 5000 Sterne auf GitHub und Istio kommt da auf stolze 21.000. Ja und deswegen schauen wir uns das natürlich heute auch an. Dazu brauchen wir ein Demo-Projekt und das Demo-Projekt habe ich beim letzten Mal schon beschrieben. Das sind diese vier Dienste A, B, C und die Datenbank dazu. Und ich werde jetzt erst mal diese vier Dienste kurz beschreiben. Ich hatte ja beim letzten Mal schon kurz erwähnt, was sie tun. Und dann schauen wir uns mit diesem Demo-Projekt dann die konkreten Istio-Features an. Das heißt, wir werden uns Verschlüsselung anschauen, Zugriffsbeschränkung, Timeout simulieren, Retries anschauen, Monitoring, Traffic Management und dann zum Schluss noch die Istio-Dashboards. Wem die Beschreibung des Demo-Projekts zu langweilig ist, der kann das natürlich skippen. Ich habe natürlich unten in den Beschreibungen Kapitelmarken gesetzt und da kann man natürlich auch hin und her springen. Genau, aber zunächst mal das Demo-Projekt. Das Demo-Projekt, das hatte ich erwähnt, das kann man sich vorstellen, dass das Dienste sind, die im Endeffekt eine Monatsrechnung für den Kunden zurückgeben. Es handelt sich dabei um die Dienste von einem Handynetz-Provider und da könnte ich als Kunde zum Beispiel meine Monatsrechnung davon abrufen und diese vier Dienste, die wären dann Teil der Homepage des Handynetz-Providers. Ja, und ich habe mir da mal ein API überlegt, da kommt hier ein Request rein, also ob das jetzt über HTTP oder HTTPS ist, das ist dem Entwickler dieser vier Dienste erstmal reichlich egal und genauso unter welchem Hostname der Request reinkommt, aber das API ist dann also V1-Bill, also wir wollen die Rechnung haben und zwar die Rechnung für den November letzten Jahres und den Benutzer Max. Ja, das ist der Request, der hier an A geschickt wird und A hat jetzt die Aufgabe, die Rechnung zusammenzustellen und dazu befragt es erstmal den Dienst B. B zusammen mit seiner Datenbank speichert die Rechnungsdaten im Detail, das heißt die stehen einfach in der Datenbank drin, aber wie man das eben so bei Microservices macht, man veröffentlicht nicht wie man Daten gespeichert hat, also wie man Spalten genannt hat, sondern man macht ein API davor und das ist das B hier und und das heißt, als allererstes leitet A diesen Suchrequest, also den Anforderungen, suche mir eine Rechnung für November für Max an B weiter und B antwortet dann, jedenfalls sofern eine Rechnung gefunden wurde, mit den Rechnungskopfdaten. Ja, die können zum Beispiel so aussehen, da steht dann zum Beispiel drin, es handelt sich um die Rechnung Nummer 123456. Ja, und der Max wohnt eben hier in der Musterstadt. Das steht alles in den Rechnungskopfdaten drin und sobald dann der Dienst A diese Daten hat, diese Antwort hat, also insbesondere die Rechnungsnummer hat, kann A dann hingehen und kann mit der Rechnungsnummer jetzt die Details der Rechnung, also sprich die einzelnen Positionen von B abrufen. Das heißt, danach macht A einen neuen Request, einen insgesamt dritten Request, auch wieder an B und ruft jetzt zu der Rechnung 123456 die Positionen ab. Ja, und B antwortet dann mit den Positionen, die sehen zum Beispiel so aus. Das Ganze hier ist ein Array, das sind also potenziell mehrere. Hier ist jetzt mal nur eine gelistet und die Position hat einfach eine textuelle Beschreibung, was da abgerechnet wurde und ein Nettobetrag. Der Nettobetrag ist hier in Eurocent, das handelt sich also um 50 Euro und dazu gehört natürlich ein Umsatzsteuerfaktor. Das Ganze wird also an A zurückgegeben und A muss das jetzt verhackstücken, muss daraus eine komplette Rechnung bauen, muss also die Positionen aufsummieren, muss die Umsatzsteuer berechnen und 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 schickt das Ganze dann an den Dienst C weiter, um ein PDF zu generieren. Der Request, den A an C schickt, der kann zum Beispiel so aussehen. Da wird also hingeschickt, eine Rechnung soll, also ein PDF soll generiert werden, darin soll stehen, die Rechnung ist vom 23. Dezember, die und die Rechnungsnummer, das sind die Positionen, das ist der Gesamtnettobetrag, das ist die Gesamtumsatzsteuer und das ist der Gesamtbruttobetrag und das ist der Rechnungsempfänger. Ja, und das schickt also A an C, C generiert dann daraus das PDF, schickt es zurück und wenn A dann das PDF bekommen hat, schickt es das wieder zurück an den Kunden und der Kunde hat seine Rechnung und ist zufrieden hoffentlich. Ja, das Ganze habe ich mal exemplarisch in Java implementiert. Das könnt ihr euch auch anschauen. Ich habe das auf GitHub hochgeladen unter membrane-service-mesh-demo, kann man sich das anschauen und ich habe das Ganze natürlich auch lokal laufen. Lokal laufen diese Dienste unter den hier genannten Ports und wir können jetzt mal exemplarisch einen Request auf den Dienst A absetzen und können also auf localhost 8080 zugreifen und wie habt, für den November die Rechnung für den Max abrufen und ja, wenn man das macht, kriegt man im Endeffekt dann einen PDF zurück und das ist das, was man hier sieht. Diese vier Dienste, also die drei Dienste und die Datenbank, will jetzt der Entwickler auf Kubernetes ans Laufen kriegen. Warum auf Kubernetes? Naja, das ist so, Istio setzt man in den allermeisten Fällen zusammen mit Kubernetes ein. Man kann es zwar auch trennen, in Istio ist so eine Abstraktionsschicht eingezogen, sodass man Istio theoretisch auch ohne Kubernetes laufen lassen kann, aber in der Praxis lässt man es meistens zusammenlaufen. Und das ist natürlich ganz schön, denn man kann dem Entwickler sagen, du, der diese vier Dienste entwickelt hast, geh du erstmal hin und lass es auf einem reinen Kubernetes laufen und über Istio unterhalten wir uns später. Und das machen wir jetzt mal. Die Frage ist also, was müsste der Entwickler machen, damit diese Dienste auf Kubernetes ans Laufen kriegen? Ja, dazu mache ich vielleicht nochmal ein anderes Video, da sind jetzt Kubernetes-Kenntnisse erforderlich, aber ich gehe es trotzdem schon mal im Detail hier durch. Um das Ganze auf Kubernetes ans Laufen zu kriegen, müsste der Entwickler diese drei Dienste, die er hat, verdockern. Da habe ich hier also ein Docker-File dazu angelegt. Durch das Docker-File entsteht ein Docker-Image. Das ist also sozusagen eine Blaupause. Das ist so vergleichbar mit einer Exe-Datei oder mit einem Executable im Allgemeinen. Aber hauptsächlich ist es eine Blaupause für den Container, der sozusagen dann diese Software, in diesem Fall hier A, laufen lassen soll. Und dieses Image lädt der dann hoch auf einen sogenannten Docker-Hub. Ich habe jetzt hier, damit ihr das auch öffentlich testen könnt, mal den öffentlichen Docker-Hub verwendet und habe diese drei Dienste hier hochgeladen und die stehen hier dann also zur Verfügung. Die Welt kann sich also hier diese drei Dienste herunterladen und sie untersuchen, starten oder was auch immer damit machen. Ganz entscheidend neben diesen drei Diensten ist aber noch der Kubernetes Deployment Descriptor, den der Entwickler hier mitliefern muss. Der Kubernetes Deployment Descriptor beschreibt, genau wie dieses Projektzusammenspiel unter Kubernetes aussehen soll. Und dazu deklariert der Entwickler Kubernetes Fachbegriffe, die ihm genau zu diesem Diagramm hier bringen. Und zwar ist es meistens so, dass er für jeden Dienst, den er deployt, also ABC und die Datenbank, davor einen kleinen Loadbalancer setzt. Dieser Loadbalancer heißt im Kubernetes Service. Und die Dienste, die heißen Pots, also ABC und die Datenbank, das sind alles Pots. Mit dem kleinen Unterschied, dass diese ABC-Pots durch sogenannte Deployments zustande kommen und der Datenbank-Pot durch ein Stateful-Set zustande kommt, weil die Datenbank Dateien ablegen will. Und das macht sie ein bisschen speziell. Ja, und diese Objekte deklariert der Entwickler jetzt hier also in seinem Deployment Descriptor. Das heißt, wir haben also ein Service, ein Loadbalancer für den Dienst A. Wir haben dann ein Service-Account für den Dienst A. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und dann haben wir das Deployment. Und das Deployment ist nichts anderes als eine, ja, Podvorlage, die sagt, dieses Docker-Image soll einmal im Kubernetes-Cluster als Pod gestartet werden. So. Die kleine Besonderheit mit dem Service-Account ist, der Container A, also der Pod A, läuft hier mit dem Service-Account namens A. Ein Service-Account ist in Kubernetes sowas wie die Identität des Pods in Kubernetes. Die Identität eines Pods in Kubernetes ist meistens relativ egal, solange ein Pod nicht mit dem Kubernetes-API selber kommunizieren will. Unsere Dienste A, B, C und die Datenbank kommunizieren nicht mit dem Kubernetes-API. Und das heißt, aus dieser Perspektive hätte ich eigentlich die Service-Accounts weglassen können. Allerdings werden wir die Service-Accounts bei Istio wieder brauchen, denn da werden plötzlich die Identitäten wieder interessant. Deswegen habe ich den schon mal eingefügt, aber er ist ja auch reichlich kurz. Hier steht eigentlich nichts drin, außer es gibt einen Service-Account namens A. Und hier unten steht dann drin, lass den Pod A unter dieser Identität laufen. Und das war's. Ja. Gut. Das ist also der Pod A. Die Pods B und C sind exakt identisch aufgebaut. Das heißt, die haben auch wieder Service, Service-Account und Deployment. Genauso C. Ja. Hier die Umgebungsvariablen, die sind ein bisschen anders noch. Bei B ist eben angegeben, wo diese Datenbank von B läuft, also unter welchem Hostname die erreichbar ist. Und die Datenbank, die ist hier ganz unten. Die ist insofern ein kleines bisschen besonders, weil es ein Stateful-Set ist. Und das Stateful-Set, daraus wird hier eben, wie bei den Deployments auch, dann ein Pod. Aber daraus wird insbesondere auch ein sogenanntes Persistent-Volume-Claim. Das Persistent-Volume-Claim, das ist hier dargestellt durch diese gestrichelte Linie. Und das Persistent-Volume-Claim heißt, hier sollen Dateien abgelegt werden. Und ein Persistent-Volume-Claim deklariert erstmal nur, wir wollen Dateien ablegen. Und auf dieses Persistent-Volume-Claim reagiert dann meistens die Infrastruktur, also Kubernetes oder Randprodukte, die mit Kubernetes verbunden sind, und legen dann in Kubernetes ein Persistent-Volume an. Und ein Persistent-Volume beschreibt, wo die Dateien konkret abgelegt werden können. Diese Dateien, die da drin abgelegt werden, sind dann, wie der Name natürlich schon sagt, Persistent. Das heißt, sie gehen nicht einfach verloren, jedenfalls solange das Persistent-Volume existiert. Ja. Und das heißt also, aus unserem Stateful-Set für diese Datenbank wird dann hier unten aus diesem Template ein Persistent-Volume-Claim. Da können wir ein Gigabyte an Dateien ablegen. Und daraus wird dann auch ein Pod, in dem dann die Datenbank tatsächlich läuft. Ja. Und das heißt, das alles funktioniert ganz normal auf Kubernetes völlig ohne Istio. Und das zeige ich doch mal gerade. Dazu habe ich hier einen Test-Cluster vorbereitet. Der Test-Cluster besteht aus vier virtuellen Maschinen. Der funktioniert komplett offline. Und Istio ist auf diesem Test-Cluster auch schon installiert. Das, wie das genau geht, das zeige ich hier nicht. Das dauert zwar eigentlich nicht lang, aber da müssen eine Menge Konfigurationsoptionen rein, die ich entweder hier vom Himmel fallen lassen müsste für die Installation. Und deswegen habe ich mich entschieden, die einfach nur zu dokumentieren. Die sind hier in der Readme.txt drin. Ja. Deswegen zeige ich hier die Installation nicht. Es dauert dann eine kurze Zeit, bis sich das Ganze stabilisiert hat. Und dann läuft Istio auch auf dem Cluster. Um jetzt also solche Dienste, um dieses ABC und die Datenbank auf Kubernetes an den Start zu kriegen, brauchen wir erst mal so Platz dafür. Und das ist ein sogenannter Namespace. Ich kann erst noch mal hier gucken. Wir haben also diese vier Knoten auf unserem Cluster. Soweit, so gut. Und jetzt lege ich hier diesen Namespace an. Namespace wird ja eigentlich dazu verwendet, um Teams zum Beispiel voneinander zu isolieren oder um Projekte voneinander zu isolieren. Hier nehme ich es eben genau für mein Demo-Projekt. Create Namespace Service Mesh minus Demo. So. Ja, da ist ein Plural zu viel. Genau. Der Namespace wurde jetzt angelegt. Und als nächstes kann ich jetzt mal völlig ohne Istio immer noch. Keine Sorge, wir kommen gleich dahin. Kann ich jetzt die Software anlegen und sagen, bitte lass doch das, was der Entwickler da deklariert hat, mal starten. Und da schauen wir mal, was passiert. Und die Dienste, ja, die Docker-Images müssen jetzt heruntergeladen werden. Das dauert ein klein bisschen. Aber die Pots sind heruntergeladen und laufen. Und das heißt, sie wären jetzt schon betriebsbereit. Das können wir jetzt mal gerade testen. Mal exemplarisch starte ich noch einen weiteren Pod. Den weiteren Pod starte ich außerhalb von diesem Service Mesh Demo Namespace, sodass wir wirklich den Zugriff von außen testen. Und das mache ich mal wie folgt. Das heißt, ich mache CubeCuttle Run. Das startet mir ein Pod im Namespace namens Default. Ich will hier nur einen temporären Pod generieren. Der soll interaktiv sein. Das heißt, ich kriege da gleich eine Konsole drauf geöffnet. Und wenn ich die Konsole schließe, soll er wieder weggehen. Und dieses Image soll als Basis-Image verwendet werden. Der Pod heißt Tester. Und ich will einfach eine Bash da drin starten. Ja, das machen wir mal. Und jetzt habe ich die Bash also in diesem anderen Pod. Jetzt kann ich mir von den Services, die vom Entwickler jetzt angelegt wurden, die haben jetzt IP-Adressen zugewiesen gekriegt. Und das heißt, ich kann jetzt mit curl, curl sendet HTTP-Requests aus, kann ich jetzt auf diesen Load Balancer zugreifen und kann da mein Request hinschicken. Und das ist derselbe wie hier. Und wir sehen, das funktioniert. Das hier ist das übliche Ende einer PDF-Datei. Und das heißt, auch auf Kubernetes wurde also jetzt diese Rechnung da generiert. Ja, soweit so gut. Allerdings wollten wir diese Pods, die da jetzt laufen, natürlich eigentlich mit Istio starten. Und deswegen räume ich da hier nochmal alles weg, was ich gerade gemacht habe und lösche nochmal das, was der Entwickler da geschickt hatte. Und jetzt aktiviere ich Istio. Das funktioniert wie folgt. Ja, ich mache CubeCuttle-Label. Das fügt ein Label hinzu und zwar auf dem Namespace-Objekt, auf dem Service-Mesh-Demo-Namespace, den ich gerade eben angelegt hatte. Und auf dem setze ich ein Label, das da Istio-Injection heißt und den Wert enabled hat. Ja, das war's schon. Istio ist jetzt für diesen Namespace aktiviert. Ja, was heißt das Ganze? Das heißt das folgende. Diese Istio-Injection funktioniert so, dass wenn der Entwickler kommt und einen Pod anlegen will, dann geht Istio her und ändert diese Deklaration ab, sodass eigentlich nicht der Pod angelegt wird, sondern dass als allererstes mal ein Init-Container gestartet wird. Dieser Init-Container wird von Istio gestellt und der zieht hier sowas wie eine Netzwerktrennung ein. Das Ganze hier ist eine Netzwerkansicht, das heißt also wie fließen Netzwerkpakete. Und der Init-Container, der sorgt dafür, dass es hier so einen abgeschotteten Bereich geben wird. Der abgeschottete Bereich ist auch im Init-Container und der isoliert den, kapselt den erstmal weg. Das ist die Aufgabe vom Init-Container. Und dann ist es so, dass zusätzlich, wenn der Init-Container durch ist, dass dann zusätzlich zur eigenen Software der sogenannte Sidecar gestartet wird. Und das Sidecar läuft also parallel. Das heißt, wir haben dann den Zustand, die Software startet, wie auch der Sidecar startet. Und der Trick ist, wenn beides gemacht wurde, dann ist die Software, hier im Beispiel X, netzwerktechnisch von der Außenwelt isoliert. Das heißt, immer wenn Netzwerktraffic in X rein will, muss es durch diesen Sidecar durch. Und immer wenn Netzwerktraffic von X raus will, muss es auch durch den Sidecar durch. Und so kriegt man eben genau diese Isolierung hin. Und das ist das, was Istio macht. Das haben wir jetzt aktiviert. Durch dieses Labeling des Namespaces haben wir jetzt Istio angewiesen. Auf dem Namespace soll jetzt Istio, also insbesondere diese Netzwerksisolierung, aktiviert sein. Und jetzt mache ich dasselbe wie vorhin auch. Ich starte nochmal genau das, was der Entwickler geliefert hatte. Und jetzt werden wir auf den Pots einen kleinen, aber feinen Unterschied sehen. Und zwar sehen wir einmal, dass die Pots beim Start in so einen Init-Zustand gehen. Das ist genau der Init-Container, der da läuft. Und wir sehen, dass die Pots dann plötzlich aus zwei Containern bestehen. Vorher bestanden die nämlich nur aus dem einen, den der Entwickler geliefert hatte. Das heißt also im Vergleich, hier lief das X völlig alleine. Und hier unten läuft zuerst der Init-Container, dann läuft das X und parallel das Sidecar. Und das können wir uns mal anschauen. Und das ist jetzt schon passiert. Das heißt, wir haben nichts daran geändert an dem YAML, was der Entwickler geliefert hat, sondern wir haben nur diese Injection aktiviert und schon hat Istio den Netzwerktraffic übernommen. Ja, gut. Und jetzt, wo Istio aktiv ist, können wir uns natürlich in Ruhe den weiteren Aspekten von Istio zuwenden. Das heißt also, diese orangefarbenen Isolierungen sind jetzt alle da. Und zusätzlich bringt Istio hier vorne noch seinen eigenen Reverse Proxy mit. Bei Istio heißt der Ingress Gateway. Und um jetzt von außen darauf zugreifen zu können, müssen wir den konfigurieren. Und das machen wir mit Istio-Objekten. Und das heißt, dazu schauen wir uns jetzt mal zum ersten Mal wirklich Istio-Objekte an. Da ist es so, dass dieser Ingress Gateway, den sehen wir bisher nicht, da der im Istio System Namespace läuft. Alles andere, was sozusagen jetzt hier auf dieser Seite läuft, läuft eben im Service Mesh Demo Namespace. Und das ist das, was der Entwickler geliefert hat. Beziehungsweise natürlich diese orange Isolierungen kommen natürlich auch von Istio über dieses Labeling per Injection dann da rein. Ja, gut. Konfigurieren wir also den Reverse Proxy. Den Reverse Proxy konfiguriert man über zwei Objekte. Einen Gateway und einen Virtual Service. Die zwei habe ich schon mal vorbereitet. Und die sind hier drin. In dieser Datei sehen wir YAML-Dateien, die Istio-Objekte beschreiben. Ich habe hier das Kubernetes-Plugin für IntelliJ, also für die Entwicklungsumgebung, hier installiert. Und an der roten Markierung erkennt man, dass das Kubernetes-Plugin diese Objektart nicht erkennt. Und deswegen unterreicht er das hier auch rot. Gut. Da gibt es allerdings schon Feature-Requests, dass die das bitte doch auch erkennen mögen in der Zukunft. Ja, bis dahin können wir einfach mal diese rote Markierung ignorieren. Denn ich habe diese Objekte hier getestet. Die funktionieren so, wie sie geschrieben sind. Ja, das hier oben ist also der Gateway. Der heißt erstmal A. Das heißt, das Ganze sieht aus wie ein ganz normales Kubernetes-Objekt. Und das ist natürlich auch genau der Trick. Istio speichert nicht selber Daten über die eigene Konfiguration, sondern den Konfigurationsspeicher hat Istio an Kubernetes ausgelagert. Und Kubernetes verwendet natürlich intern dann ETCD, um seine Objekte zu speichern. Aber der Trick ist, dass Istio also diese Aufgabe vom Speichern der Konfiguration schon mal nicht hat. Und Kubernetes übernimmt damit auch die Zugriffskontrolle auf diese Objekte. Und das heißt, wenn ich die Objekte gleich anlege, dann mache ich das ganz normal, wie man Kubernetes-Objekte anlegt, nämlich mit CubeCuttle. Und der Trick ist aber, nur Istio wird darauf reagieren. So, schauen wir uns kurz mal an, was dieses Objekt deklariert. Wir sagen also, wir wollen den Ingress-Gateway konfigurieren. Der möge doch bitte den Port 80 aufmachen. Das heißt, ich mache jetzt keinen HTTPS von außen. Da müsste man hier nochmal Zertifikate konfigurieren und so weiter. Sondern ich mache erstmal Plaintext-HTTP. Und dann lege ich, wenn hier also ein HTTP-Request auf irgendeinem Hostname reinkommt, dann soll der akzeptiert werden. Ja, dann geht es weiter mit dem Virtual Service. Der referenziert nämlich genau diesen Gateway. Und der sagt jetzt, wie sollen diese Requests behandelt werden. Und der Virtual Service sagt, wenn der Request den Pfad v1.bill gesetzt hat, dann soll der weitergeleitet werden an den Dienst namens A, an den Port namens 80. Ja, und das können wir jetzt einfach mal anlegen. Das heißt, ich mache ein kubectl, apply den Gateway. Ja, und jetzt sieht man es hier genau. Ich nehme dann die Istio-Objekte und lege die ganz normal, wie gehabt, wie der Entwickler es gewohnt ist, mit kubectl an. Die wurden angelegt und jetzt hat der Istio-Gateway hoffentlich schon reagiert. Und wir können mal kurz nachschauen, was dessen IP-Adresse ist. Das ist die 193. Der hat den Port 80 aufgemacht. Und das heißt, wir schauen uns jetzt den Request an. Und da sehen wir die Antwort. Und das heißt, das ist schon eine erfolgreiche Antwort unserer Dienste. Und diese Anfragen sind alle durch Istio durchgelaufen. Ja, soweit, soweit. Und das heißt, wir haben jetzt unseren Demo-Service in Istio ans Laufen gekriegt und können uns jetzt also den nächsten Punkten widmen. Als nächstes natürlich das Thema Verschlüsselung. Für die Verschlüsselung schauen wir uns erstmal die Kommunikation zwischen zwei Diensten und der Istio im Allgemeinen an. Ich zeige das nur an einem Beispiel. Das gleiche gilt aber für die Kommunikation aller Dienste unter Istio. Da machen wir es zunächst mal so, dass wir eine sogenannte Policy anlegen. Die Policy bezieht sich auf den kompletten Namespace, also auf ganz Service Mesh Demo. Und diese Policy beschreibt, es soll MTLS verwendet werden. MTLS ist eine Abkürzung für Mutual TLS, also für gegenseitige Verschlüsselung. Und das heißt, immer wenn zwei Parteien miteinander kommunizieren, müsste sich sowohl die eine Seite mit einem Schlüssel ausweisen, als auch die andere Seite mit einem Schlüssel ausweisen. Deswegen Mutual, also gegenseitig. TLS ist das heute übliche Verschlüsselungsprotokoll. Das ist genau dasselbe, wie zum Beispiel bei HTTPS, also genau Secure, eben zum Einsatz kommt. Ja, diese Policy kann ich jetzt erstmal anlegen. Und die gilt jetzt Namespace-weit. Und allein das sorgt jetzt dafür, dass dieser Zugriff hier nicht mehr funktioniert. Denn was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir durch die Policy gesagt haben, die Empfängerseite soll sagen, ich will verschlüsseln. Das heißt aber, dass die Senderseite jetzt sagt, was soll das, ich kann das nicht. Oder ich will das nicht. Ja, das heißt also, die Senderseite versucht immer noch Plaintext zu sprechen. Die Gegenseite sagt, ich will aber verschlüsseln. Und deswegen funktioniert die Kommunikation jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir also der Senderseite explizit sagen, du sollst auch Verschlüsselung verwenden. Das wiederum machen wir über eine sogenannte Destination Rule. Die Destination Rule, die deklarieren wir für alle Senderseiten. Das ist bei uns also A, B, C. Also falsch, für alle Kommunikationsstrecken. Und das heißt, die Kommunikationsstrecken wird immer über den Empfänger charakterisiert. Und das heißt, für jeden Empfänger beschreiben wir hier, es soll auch TLS in der Mutual-Konfiguration verwendet werden. Das heißt, sowohl wenn wir mit A kommunizieren, wenn wir mit B, C oder mit der Datenbank kommunizieren, soll also TLS zum Einsatz kommen. Diese Destination Rules lege ich jetzt mal an. So, das dauert eigentlich natürlich immer einen ganz kleinen Moment, bis das realisiert ist, aber im Allgemeinen geht das sehr schnell. Und jetzt funktioniert die Kommunikation. Und voilà, die Kommunikation im Cluster findet jetzt verschlüsselt statt. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand es wäre, das per Hand zu implementieren, dann würde man nicht mehr froh werden. Das Istio, das für einen übernimmt, ist wirklich ein großartiges Feature. So, das heißt, der Sender sagt, ich will verschlüsseln, die Empfängerseite sagt, Verschlüsselung wird erfordert und dann ist alles klar, die können sich jetzt miteinander unterhalten. Ja, gut. Das nächste, was wir natürlich machen wollen, ist, dass wir sagen, wir machen die Zugriffsbeschränkung da rein. Und da hatte ich als Beispiel gebracht, dass auf den Dienst B von allen möglichen falschen Parteien zugegriffen werden könnte, was aber nicht erlaubt werden soll. Und das können wir mal exemplarisch durchgehen. Ich hatte ja diesen Request von außen schon vorhin gezeigt, völlig ohne Istio. Und da waren wir aus diesem Tester-Pod aus dem anderen Namespace gekommen. Und das kann ich jetzt noch mal wiederholen. Der Pod ist hier sogar noch offen. Es hat sich bloß die Service-IP-Adresse geändert, dadurch, dass ich den Service gelöscht und neu angelegt habe. Und das heißt, wenn ich jetzt mal auf B exemplarisch zugreife, das kann ich auch erst mal im Browser hier gerade zeigen, also lokal, wenn ich da drauf zugreife, auf V1 slash Builds, dann sagt B mir, das ist nicht erlaubt, weil da keine Parameter dran hängen. Das ist ja völlig okay, aber diese Antwort mit dem Status-Code 400, die kommt schon von dem Dienst B. Denn unter 80, 81 läuft ja der Dienst B. Und das heißt, wenn wir die sehen, haben wir B schon erreicht. So, und das können wir jetzt also mal machen. Wir machen einen Aufruf auf die Adresse von B und sagen, bitte gehe auf V1 Bills. Ja, und minus V heißt verbose. Da sehen wir die Verbindungsdetails. Und wir sehen, dass die Gegenseite sofort die Verbindung wieder zugemacht hat. Warum hat sie das? Der Trick ist folgender. Die Verbindung ist jetzt verschlüsselt. Das heißt, wir müssen jetzt hier HTTPS angeben, weil ja Istio den Dienst B hier vollkommen isoliert hat und gesagt hat, wir erfordern jetzt, dass da Verschlüsselung gemacht wird. Was Istio aber nicht gemacht hat, ist, dass es die Portnummer geändert hat. Die Portnummer, unter der dieser Dienst erreichbar ist, ist immer noch 80. Denn Istio hat nur daran gedreht, sozusagen was darüber geht und nicht über welchen Port es geht. Und deswegen müssen wir hier jetzt, was ein bisschen eine ungewöhnliche Konfiguration ist, müssen wir HTTPS auf Port 80 zugreifen, um hier weiterzukommen. So. Wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir jetzt hier, aha, der Gegenseite wird jetzt nicht vertraut. Das heißt, der Dienst B, auf den wir zugreifen wollten, weist sich jetzt mit einem Zertifikat aus, was der Tester nicht verifizieren konnte. Da sagen wir mal, das ist jetzt hier egal. Wir vertrauen einfach blind dem, was da kommt. Aber wir kommen jetzt auch dann immer noch nicht durch. Jetzt ist es nämlich so, wir haben ein SSL Alert Handshake Failure bekommen. Und das heißt, die Gegenseite hat das Protokoll abgebrochen, da wir als Tester uns nicht mit einem Schlüssel ausgewiesen haben. Und das heißt, in der Kommunikation hier, die ist von außen normalerweise nicht möglich, weil man sich von außen nicht ausweisen kann, weil man eben keinen Schlüssel hat, mit dem man da seine eigene Identität nachweisen kann. Und das heißt, das ist schon das jetzt gerade aktive Szenario. Ja. Gut. Dann schauen wir doch mal den Request hier aus dem Pod C an. Da hatte ich ja gesagt, die Software C könnte gehackt werden. Schauen wir uns die doch mal an. Ich mache hier eine Shell im Pod C auf und jetzt könnte ich den gleichen Request wie vorher hier mal absetzen mit einem kleinen Unterschied. Dadurch, dass der Pod C, dass der Container C selber innerhalb dieser Isolierung sitzt, muss der jetzt nicht selber HTTPS machen, um eine Verbindung aufzubauen. Denn sobald ja der Netzwerktraffic durch diese Isolierung durchgeht hier unten, wird er ja verschlüsselt. Das heißt, die Isolierung übernimmt die Verschlüsselung und das heißt, wir können uns das hier sparen. Ich greife jetzt hier also auf B zu und wir sehen hier wieder Status 400. Das heißt, das ist die gleiche Antwort, ein bisschen anders formatiert, aber im Prinzip die gleiche Antwort wie im Browser. Und das heißt, wir haben jetzt tatsächlich den Dienst B erreicht und konnten auf ihn zugreifen. Und das heißt, dieser rote Pfeil hier ist nach aktuellem Stand erlaubt. Des Weiteren hatte ich im letzten Video gesagt, dass der Reverse Proxy falsch konfiguriert sein könnte und zum Beispiel einen Zugriff auf B ermöglichen könnte. Das können wir mal machen. Ich kann ihn jetzt mal misskonfigurieren, indem ich hier ein ja faulty Gateway installiere, der auf einen anderen Pfad reagiert. Das hier ist Builds ist plural. Vorsicht, das ist nicht beim Zugriff auf A war es singular, bei B ist es plural. Und das heißt, ich lege jetzt diesen Virtual Service an, der referenziert auch diesen Gateway, den es schon gibt. Und dann können wir von außen jetzt auf B zugreifen. Die IP-Adresse war diese hier. Und jetzt greife ich mal darauf zu, auf V1 Builds, also plural, also auf B. Und jetzt kommen wir auch wieder auf B, denn wir haben auch jetzt wieder diesen Statuscode 400 bekommen. Das heißt also, diese beiden Zugriffe, die sind ständig jetzt noch erlaubt. Die wollen wir jetzt natürlich verbieten und das macht man über eine sogenannte Authorization Policy. Die Authorization Policy beschreibt in Istio, wer darf auf wen zugreifen. Und die können wir mal einspielen. Diese Authorization Policy, die bezieht sich jetzt hier auf alle Pods, die mit App B gelabelt sind, also genau auf die Software B. Und da sagen wir, dass die Zugriffe nur erlaubt werden sollen, wenn die von diesem Principle kommen. Und dieser Principle, das ist genau ein Service Account, deswegen steht hier auch die Abkürzung SA drin, das folgt wieder diesem SPIFI-Standard. Der SPIFI-Standard beschreibt, wie die Zertifikate im Cluster ausgestellt werden. Istio verwendet da ein eigenes, erstmal bei mir in meiner Konfiguration jetzt ein eigenes CA-Zertifikat, was da temporär generiert wurde. Da kann man auch andere Module durch Plugins einbinden, die andere Strategien implementieren. Aber bei uns sind diese Zertifikate also alle durch das interne CA unterschrieben und die Identität von den Zertifikaten wird über einen zusätzlichen Eintrag im Zertifikat geklärt und im SPIFI-Standard wird dann beschrieben, dass das eben genau über eine URL passiert, die so formuliert ist und das heißt, hier wird die Identität nachgewiesen im Namespace Service Mesh Demo ein Service Account namens A. Und das ist eben genau das, was ich haben wollte. Die Software A, die ja unter der Identität A läuft, darf auf die Software B zugreifen und nur das. Das heißt, sobald es eine solche Authorization Policy gibt, ist B sozusagen im Lockdown Mode und dann zieht die Authorization Policy und dann dürfen nur noch Leute zugreifen, die hier wirklich freigeschaltet sind. Das mache ich mal. ich wende die an, die Authorization Policy, da haben wir sie und jetzt versuche ich nochmal den Zugriff von C aus, also hier diesen von da unten und da sehen wir, kriegen wir jetzt einen Verbindungsabbruch, eine Connection Termination und beim Zugriff vom Reverse Proxy aus, schauen wir den mal an, kriegen wir jetzt auch einen Verbindungsabbruch. Schauen wir ob A noch funktioniert, schauen wir nochmal die kompletten vier Requests an, das funktioniert immer noch und das heißt, die Policy hat exakt das gemacht, was sie tun sollte, hat die Zugriffe auf das beschränkt, was notwendig war. So weit so gut, können wir diese zwei Zugriffe sind jetzt auch verboten, nur die blauen Zugriffe, also genauer gesagt, nur der Zugriff auf B ist jetzt erlaubt. So viel zum Thema Zugriffsbeschränkungen, können wir also auch abhaken, ja, jetzt kommen wir zum Thema Timeouts und Retrys. Das ist natürlich eigentlich so, dass man die Timeouts nicht selber einbauen will, die sind nämlich meistens schon drin, beziehungsweise sind die drin in Form von unzuverlässiger Software. Das kann ich mal beispielhalber simulieren. Ich simuliere jetzt eine Verzögerung von in der Kommunikation von A nach B und das kann ich genau auch über Istio machen. Ich verwende dazu ein Virtual Service. Ein Virtual Service wird immer dann verwendet, wenn es darum geht, zu entscheiden, wo Netzwerk Traffic hin soll, beziehungsweise wie der behandelt werden soll. Dann werden Virtual Services aktiv und der Virtual Service, den ich jetzt hier deklariere, der simuliert langsame Zugriffe und der ist hier auf den Hostnamen B konfigurieren und das heißt, immer wenn irgendein Dienst auf einen Hostnamens B zugreifen will, dann zieht jetzt dieser Virtual Service. Den kann ich mal einspielen und dieser Virtual Service heißt dann, wenn auf B zugegriffen wird, dann soll in 50 Prozent aller Fälle eine Verzögerung von 10 Sekunden stattfinden. Das heißt, wir wissen jetzt nicht so genau, wie lange wir hier wirklich verzögert werden. In Summe kann es zufällig 0 Sekunden sein, es kann aber auch zufällig bis zu 20 Sekunden sein. Ich greife jetzt einfach mal drauf zu und wir schauen mal wie lange es geht. Das sind auf jeden Fall schon mal keine 0 Sekunden Verzögerung, sondern das sieht jetzt hier zufällig nach 20 aus. Und da kommt jetzt die Rechnung. Das heißt, wir haben jetzt einen verzögerten Zugriff und normalerweise baut man sowas natürlich nicht ein selber, vielleicht macht man das mal zum Testen, so wie ich hier, aber normalerweise liegt das daran, dass man irgendwelche Software im System hat, die ein bisschen unzuverlässig reagiert, wo die Antwortzeit nicht konstant ist und die produziert dann selber solche Fehler. So, jetzt ist ja die große Frage, wie kann ich Istio dazu einsetzen, um damit umzugehen? und da kann ich zum Beispiel folgendes machen, ich kann hier vorne, ich mache das jetzt in der Kommunikation vom Reverse Proxy zu A, kann ich erstmal einen Timeout deklarieren, das machen wir mal hier und da deklariere ich, wenn auf den Dienst namens A zugegriffen wird, also auf mit allen Hostnames, dann soll ein Timeout auf A zugegriffen wird, dann soll ein Timeout von zwei Sekunden angewendet werden und das heißt, wenn hinten die Kommunikation zufällig um 10 Sekunden oder um 20 Sekunden verzögert, bricht der hier schon ab. Den spiele ich auch mal ein. So, und was wir jetzt erhalten, ist vorne entweder schnell eine Antwort oder ein Fehler. Das ist natürlich auch nicht das, was man eigentlich haben will, aber wir erkennen jetzt schon mal vorne, dass da hinten ein Problem war und vor allem erkennen wir es wesentlich schneller, nämlich nach zwei Sekunden, dass da ein Problem war. Ich kann jetzt hier noch ein paar mal F5 drücken, ich weiß jetzt nicht, ob zusätzlich noch retrys konfigurieren und zwar sage ich hier jetzt es soll doch bis zu fünf mal wiederholt werden, wenn dieser Request nicht funktioniert hat. Das machen wir auch am Virtual Service da vorne und zwar hier bei den Retries Die Retries sind jetzt wieder nur die unteren paar Zeilen haben sich da geändert das heißt der Virtual Service der ist bis hierhin nach wie vor der den wir damals beim Gateway angelegt haben mit dem Unterschied dass wir jetzt Retries verwenden und pro retry ein Timeout verwenden spiele ich auch mal ein und jetzt ist das Verhalten beim Kunden schon wesentlich besser denn wenn man sich jetzt mal anschaut wie lang das variiert hier dann sind das zwar schon noch ein paar Sekunden aber insgesamt haben wir jetzt obwohl hinten diese zufällige Verzögerung drin war haben wir jetzt es vorne wieder stabil gemacht das heißt die Wahrscheinlichkeit dass der Kunde früher oder später wahrscheinlich eher früher aber irgendwann eine Rechnung bekommt ist deutlich gestiegen obwohl wie gesagt hinten dieses Timeout Problem da war ja das verzögert jetzt hier immer ab und zu ein bisschen aber ich sag mal hier die Download Verzögerung für ein PDF da würde ich als echter Kunde von Telekommunikations Provider ja fast noch nicht mal sagen dass das jetzt so unüblich ist dass es ein paar Sekunden dauert bis das PDF wirklich da ist wir sehen wir sehen das funktioniert also auch und ja das war es also mit Timeouts und Retries können wir auch einen Haken dran machen gucken wir uns das Thema Monitoring an Monitoring ist schon implizit in Istio mit dabei und das ist natürlich großartig denn ich kann jetzt ein Programm verwenden das nennt sich Istio CTL das ist ein Command Line Tool genauso wie CubeCuttle und Istio CTL verwendet implizit auch die gleiche Konfigurationsdatei wie CubeCuttle um auf den Cluster zuzugreifen Istio Cuttle hat aber ein paar hilfreiche Befehle die mir einfach das Leben erleichtern die mir ein paar Befehle die ich auch mit CubeCuttle im Endeffekt machen könnte wo ich aber ein paar hintereinander ausführen musste um ans Ziel zu kommen und Istio Cuttle fasst die alle zusammen ich kann zum Beispiel das Prometheus Dashboard aufmachen Prometheus ist ja eine Monitoring Software das ist im Prinzip sowas wie eine Datenbank für Zeitserienwerte und da drin kann ich eine Metrik mir anschauen Istio Requests Total und jetzt sieht man hier schon ich könnte auch Requests Bytes angucken da würde man dann sehen wie viele Bytes sind tatsächlich an einen Dienst übertragen worden mich interessiert jetzt gerade erst mal oder Duration wie lange haben die Gebrauch ich interessiere mich erst mal nur für die Anzahl gucke mir also Requests Total an und da sehen wir jetzt eine ganze Reihe von Metriken ich schränke das Ganze jetzt mal ein auf Destination App heißt es glaube ich namens B also wie viele Requests gingen an B schauen wir mal und da haben wir jetzt auch hier einige Metriken und das Spannende ist dass man jetzt hier immer noch eine Unterscheidung drin hat die Unterscheidung die jetzt hier noch ist ist hauptsächlich in den Response Flags und die Response Flags die zeigen jetzt an ob da zum Beispiel so eine Verzögerung gegriffen hat ja oder nein und hier hinten steht dann die Anzahl und das heißt wir haben jetzt hier irgendwie zwölf Zugriffe in denen die Verzögerung gegriffen hat und zwölf Zugriffe in denen die Verzögerung nicht gegriffen hat wenn ich jetzt mal die Verzögerung außen ausklammer und nur wissen will wie viele Requests sind in einem gewissen Zeitraum insgesamt auf B gegangen dann kann ich einfach die Summe davon bilden kann das also ausführen und ich sehe 28 Requests und das wird jetzt natürlich nach und nach erhöht und ich kann mir natürlich auch die Zeitserie davon anschauen das ist die Summe das werden natürlich immer mehr und das heißt im Prinzip was einen wahrscheinlich interessiert ist sowas wie die I-Rate also die wie viel das langsam mehr geworden ist über einen gewissen Zeitraum im Endeffekt was ich jetzt hier habe ist die Änderung pro Minute aufgetragen als Summe über diese verschiedenen Fälle also verzögert oder nicht verzögert und das heißt diese Kurve sagt mir jetzt so mehr oder weniger wie viele Requests hier tatsächlich pro Minute reingekommen sind im Schnitt deswegen sind die Zahlen jetzt hier ein bisschen krumm aber hier sieht man dann schön wenn man plötzlich ein Traffic eine Traffic Spitze hat ja und diese Metrik die kann man natürlich dann in Grafana einbauen und Prometheus und Grafana sind alles auch Open Source Produkte die Istio aber schon mitbringt kann man also aufmachen Grafana was hier passiert ist das Prometheus und Grafana läuft in diesem Istio System Namespace und mit dem Istio CTL Dashboard kriege ich im Endeffekt eine Port Weiterleitung also das Äquivalent von einem Cube Cuttle Port Forward und darüber kann ich dann darauf zugreifen obwohl da jetzt kein Gateway Eintrag für Grafana zum Beispiel drin ist ja und das sieht man hier jetzt eben für den Zeitraum der letzten 6 Stunden und dann kann man darauf Alerting machen und alles mögliche das ist vollkommen Grafana aber es ist schön und vor allem wahnsinnig dass Istio mit relativ wenig Zusatzaufwand mir hier schon eine Plattform zur Verfügung stellt um den Traffic den Istio beobachtet hat für mich monitoren zu lassen nach den Kriterien die ich hier definieren kann ja das zum Monitoring können wir also auch abhaken und dann können wir zum Thema Traffic Management beim Traffic Management hatte ich ja beim letzten Video schon erzählt dass C jetzt aktualisiert wird und durch eine neue Version von C ersetzt werden soll und wir wollen jetzt eben den Prozess begleiten der diese neue Version langsam ausrollt die neue Version von C die liefert der Entwickler in Form von einer neuen von einem neuen Docker Image einer Image Version 2 und wenn wir hier mal auf den Docker abgucken das Image ist hier in zwei Versionen veröffentlicht nämlich Version 1 und 2 und wir bisher betreiben wir Version 1 und wir wollen jetzt eben upgraden auf Version 2 da ist es zunächst mal so dass man bei Istio gegenüber reinem Kubernetes eine kleine Besonderheit hat der Entwickler liefert mir jetzt hier also nochmal einen Deployment Descriptor das ist im Prinzip der gleiche Deployment Descriptor wie vorher auch aber bei C wird jetzt die Version 2 verwendet dieser neue Deployment Descriptor hat im Vergleich zum alten noch eine kleine Änderung und die will ich gerade mal zeigen und zwar hier unten also die Version 2 1 die hat sich erhöht auf 2 das ist klar aber dann hat sich hier auch noch das Label erhöht ja das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend aber und das ist eine Besonderheit gegenüber dem klassischen Kubernetes wenn man es mal so nennen will das Deployment wurde auch umbenannt umbenennen geht eigentlich gar nicht sondern das ist jetzt ein neues Deployment das heißt für die neue Version verwenden wir neues Deployment mit klassischem Kubernetes hätte man das nicht gemacht ich zeige aber gleich warum man das macht mal völlig unabhängig davon ich wollte nur schon mal darauf hinweisen wende ich das jetzt einfach mal an das heißt ich sage dir jetzt CubeCuttle diese neue Deployment Descriptor vom Entwickler bitte reinschieben wenn wir uns jetzt anschauen was passiert ist haben wir jetzt den Version den Pod C in der alten Fassung und in der neuen Fassung in Version 2 ich kann auch gleichzeitig hier noch das Label Version auftragen lassen als separate Spalte das ist natürlich wunderschön deswegen labelt man ja alles so damit das möglichst ordentlich darstellbar ist wenn jetzt dann beide Pods laufen da warte ich mal kurz drauf ist schon der Fall dann ist es jetzt so dass wir genau in dieses Szenario was hier gezeichnet ist kommen das heißt also die Zugriffe von A auf C werden über diesen Load Balancer über den Service davor geload balanced zwischen C1 und C2 und das heißt 50% der Requests kommen auf die obere Version auf den oberen Pod 50% kommen auf den unteren und das ist im Allgemeinen nicht das was man in der Praxis haben will denn das sorgt für folgendes Verhalten ich rufe jetzt nochmal die Rechnung ab und jetzt ist natürlich die Frage was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Version 1 und zwischen Version 2 Version 1 hatte hier jetzt ein 50-50 Load Balancing habe kriegt der Kunde manchmal ein Logo und manchmal kein Logo und das ist natürlich nicht das was man im Allgemeinen haben will sondern man will wahrscheinlich das erstmal langsam testen funktioniert das auch ich mache jetzt vielleicht ganz kurz mal diese Verzögerung raus so jetzt haben wir wieder kein logo das heißt es wechselt immer ab zwischen oder nicht unbedingt wechseln aber nicht das was man haben will was man jetzt machen würde ist dass man zum Beispiel sagt wir wollen an den Requests die von A an C gehen hier irgendwie festmachen soll das noch auf die Version 1 oder soll das schon auf die Version 2 gehen und die Frage ist woran macht man das fest da bietet Istio verschiedene Möglichkeiten diese Möglichkeiten beziehen sich aber alle insgesamt auf den HTTP Header der hier übertragen wird das heißt wir müssen irgendein Kriterium nehmen das im HTTP Header drin steht im letzten Video hatte ich zwei Kriterien genannt wir können das wollen das einmal an der IP Adresse festmachen die von hier vorne an den also von der die Requests kommen die die Rechnung abrufen und Punkt 2 wollen wir das an den Benutzernamen festmachen für den die Rechnung abgerufen wird schauen wir uns erstmal die IP Adresse an die IP Adresse ist ein klein bisschen trickreich denn damit die IP Adresse hier in dem HTTP Header im Endeffekt drinsteht muss sie durchgereicht werden durch den Dienst A und die müsste natürlich auch in der Kommunikation vom Reverse Proxy mit A drin sein und das ist sie stand jetzt leider noch nicht jetzt gibt es aber von Istio eine wahnsinnig coole Möglichkeit die da einzufügen und zwar gibt es ja sogenannte ich greife jetzt ein bisschen vor erkläre ich gleich was das da unten ist ein sogenannter Envoy Filter konfiguriert mir den Reverse Proxy hier vorne um und damit kann ich einen HTTP Header einfügen der genau diese IP Adresse enthält den Envoy Filter gucken wir uns mal kurz an der bezieht sich der ist jetzt im Istio System Namespace der bezieht sich auf den Istio Ingress Gateway der ist in Lua geschrieben und der nimmt den X Forwarded For Header den liest er aus passt da eine IPv4 Adresse raus und setzt dann den X Client IP Header es ist nämlich so dass der X Forwarded For Header der ist im Reverse Proxy tatsächlich vorhanden der wird aber entfernt bevor der Request den Reverse Proxy verlässt und das heißt dadurch dass wir jetzt den Wert von diesem Header in einen anderen Header kopieren bleibt dieser andere Header dann erhalten und das heißt bei A beobachten wir dann einen Request Header der X Client IP heißt den schiebe ich mal rein Envoy Filter und dann haben wir bei der Konfiguration von Istio haben wir noch angegeben dass wir hier vorne bei den eingehenden Verbindungen tatsächlich die IP Adresse vom Client auch sehen wollen das war eine Konfiguration Option bei der Installation von Istio selber und das heißt wir haben jetzt hier diesen X Client IP Header bei A und jetzt muss A irgendwas damit machen und wir sind natürlich froh wenn A den einfach durchreicht dann können wir den nämlich hier verwenden um sozusagen diese Unterscheidung zu machen A muss jetzt umprogrammiert werden das ist jetzt tatsächlich eine Entwicklungsanforderung an A aber ich habe natürlich A genau schon vorbereitet und mal ganz trivialerweise so implementiert dass A bestimmte Header unter anderem natürlich den X Client IP Header genau einfach durchreicht das heißt wenn er vorne an A kommt wird er weitergeleitet an die von A ausgehenden HTTP Requests und das heißt in Istio sehen wir jetzt diesen HTTP Header den X Client IP Header und können daran festmachen was soll damit passieren um diese Unterscheidung jetzt zu machen müssen wir erstmal eine Destination Rule für C definieren die diese beiden Mengen hier deklariert ist das diese hier wir deklarieren für C eine Regel es wird immer noch Verschlüsselung verwendet das heißt diese Destination Rule wie ich sie markiert habe ist genau die gleiche wie vorher neu sind jetzt diese Untermengen des Dienstes und zwar gibt es eine Untermenge die wird V1 genannt das sind die Pods die mit Version 1 gelabelt sind und eine Untermenge V2 das sind die Pods die mit Version 2 gelabelt sind und damit ergeben sich diese Untermengen V1 und V2 genauso wie es hier gezeigt ist so und im Virtual Service kann ich jetzt deklarieren was ist die Bedingung wann soll es an V1 gehen wann soll es an V2 gehen und das machen wir hier wir sagen hier wenn es an C geht soll wenn es ein HTTP Header gibt der xclient IP heißt und genau diese IP Adresse hat dann soll es an V2 gehen und sonst soll es an V1 gehen ja und das war es schon das heißt ich schiebe jetzt diese zwei Sachen rein einmal die destination rules mit den Mengen V1 V2 und dann die konkrete Bedingung mit der IP Adresse und das war es und das heißt weil ich jetzt von dieser 168 137 eins komme kriege ich jetzt immer die Rechnung mit Logo kann jetzt ein paar mal F5 drücken das ändert aber nichts an der Sache viel interessanter ist eigentlich wenn ich hier eine andere IP Adresse eintrage was passiert dann und das noch mal einspiele dann da es nicht meine IP ist kriege ich jetzt Rechnung ohne Logo das heißt das Ganze funktioniert so weit so gut eine andere Möglichkeit ist es das an zu machen da müsste ich natürlich aber hier im HTTP Header irgendwie das Kriterium haben wie wird der Benutzername da übertragen und bisher ist es so dass wir den dann nicht gesehen haben deswegen habe ich das natürlich auch schon vorbereitet es wäre auch wieder eine Entwicklungsanforderung an den Dienst A der Dienst A fügt an alle Requests die er verschickt einen Header hinzu der heißt X Username und Rechnung abgerufen wurde ob natürlich der Request ganz vorne autorisiert ist diese Rechnung abzurufen also dieses Thema Zugriffskontrolle auf Rechnung das will ich hier mal komplett ausblenden deswegen habe ich einfach dieses To-Do in den Code reingeschrieben gut also das heißt wir haben einen HTTP Header der uns anzeigt welcher Benutzer ist das und deswegen kann ich natürlich hier auch das mal reinschieben und zwar filtern wir jetzt hier auf den X Username Header und sagen wenn der Max ist dann soll es auf die Version 2 gehen gut schieben wir es mal rein wo ist er da Max soll auf die Version 2 und wir rufen für Max ab und da kriegen wir das mit Logo also die neue Version und wenn ich natürlich hier irgendwas anders reingeschrieben hätte Moritz das aktiviert hätte dann würde Max natürlich immer noch die Version ohne Logo sehen so weit so gut ja das ist das Beispiel mit den Diensten und man würde dann wahrscheinlich so weitermachen dass man im Endeffekt sagt naja gut also wir lassen so über diese Möglichkeiten lassen wir Entwickler mal testen ob der Dienst C2 in Produktion wirklich ordentlich funktioniert die Entwickler können erstmal ihre eigenen Rechnungen abrufen und das damit exemplarisch testen wenn dann das Feedback kommt ja funktioniert dann kann ich sagen jetzt will ich mal echt Kunden drauf lassen und dann mache ich zum Beispiel sowas wie ich lasse 10% aller Requests drauf das macht man über diese Weights ich sage 10 also mit Gewicht 10 soll es auf die Version 2 gehen und mit Gewicht 90 auf die Version 1 und das kann mich auch mal reinschieben und jetzt muss ich natürlich ein paar mal F5 drücken bis ich wahrscheinlich wieder eine Rechnung mit Logo sehe aber im Endeffekt kommen also 10% aller Requests an C hier haben wir eine würden jetzt an die Version 2 gehen das ist natürlich in der Praxis auch ein bisschen komisch denn wenn der Kunde jetzt die Rechnung noch mal runter lädt kriegt also derselbe Kunde kriegt dann natürlich statistisch gesehen wieder eine ohne Logo das heißt der Kunde wäre ein bisschen verwirrt das heißt was man wahrscheinlich machen will ist dass man es zum Beispiel an der Session ID fest macht dass man sagt wenn die Session ID mit 0 oder 1 beginnt dann soll es auf die neue Version mit 2 3 4 5 und so weiter beginnt soll es auf die alte Version gehen solche Tricks aber ich denke da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt wenn ich dann damit zufrieden bin mit 10% des Kunden Traffics funktioniert das heißt also vielleicht will ich zum Beispiel erst mal die CPU Auslastung von der neuen Version aus testen das heißt es könnte ja sein dass die Verarbeitung des Logos mehr CPU braucht das heißt dass die Last zu hoch wird dass der Entwickler nochmal nacharbeiten müsste aber wenn ich sage nee das passt schon diese 10% Traffic waren gar kein Problem kann er handeln wir können die CPU Last aushalten in unserem Cluster dann sage ich vielleicht jetzt alle Kunden drauf und dann mache ich es natürlich so wie hier unten gezeigt alle bitte jetzt an Version 2 und dann schiebe ich das mal rein alle in Version 2 und jetzt sehen dann 100% der Logo ja immer wieder das gleiche und ja dann hatte ich noch gesagt jetzt wollen wir vielleicht die alte Version 1 runterfahren weil die ja nicht mehr verwendet wird das sind jetzt wieder reine Kubernetes Kommandos kubectl get deploy wir sehen hier die Version 1 läuft einmal Version 2 läuft auch einmal und wir sagen jetzt hier skaliere das Deployment C doch bitte auf 0 runter damit hält jetzt der alte Container an der ist jetzt hier terminating das heißt es entspricht jetzt genau diesem Bild hier und dann hatte ich zwei Replikas wenn ich mir das anschaue da ist jetzt hier schon wieder eine erwickte das sind wie gesagt diese speicher probleme die ich hier bei mir lokal habe aber im Endeffekt sehen wir hier schon der eine läuft schon in der neuen Version und der andere wird gerade initialisiert und das heißt demnächst werden hier zwei C's in Version 2 laufen und zwischen denen wird natürlich dann wieder 50-50 Loadbalancing gemacht das dauert vielleicht noch ein bisschen hier kommt er jetzt läuft er und jetzt haben wir 50-50 Loadbalancing aber ich erkenne natürlich keinen Unterschied denn beides ist Version 2 so viel dazu das heißt damit haben wir das Thema Traffic Management auch abgehakt dann kommen wir zum letzten aber eigentlich fast zum spannendsten Thema von Istio der größte fast der das ist ein hartes Rennen aber fast der größte Mehrwert ist aus meiner Sicht da unten bei den Dashboards und zwar ein paar Dashboards hatte ich ja schon gezeigt aber ich will noch ein paar weitere zeigen und zwar integriert Istio zum einen eine Software namens Jäger Jäger ist ein Tracing Tool und das heißt immer wenn Requests oder Netzwerktraffic über diese verschiedenen Isolationen hinwegläuft dann werden Daten zur Zentrale geschickt zu Jäger und in Jäger kann man sich jetzt auf einen Dienst fokussieren erstmal ich gehe jetzt mal auf den Gateway also auf den Reverse Proxy ganz vorne und sage bitte schau doch nach was darüber gelaufen ist und natürlich ist es klar dass wenn da viel Traffic über diese Dienste läuft dass da eine Menge Daten zusammen kommt aber dann kann man auch so was wie Sampling anschalten das heißt man kann auch sagen Sampled werden und sollen dann hier an Jäger reported werden aktuell sind das 100% hier bei mir und das heißt die Aufrufe die ich jetzt hier sehe das sind immer an V1 Bill das sind alle Aufrufe die von mir von außen tatsächlich auf den Cluster kam und das sind alles verschiedene Aufrufe die ich gerade im Rahmen der Demo gemacht habe und diese Aufrufe da kann ich bis vorne diese Aufrufe reported wurden sondern auch noch die Aufrufe von weiter hinten also vom Dienst A auf B oder A auf C reported worden sehe ich die jetzt auch hier drin und des weiteren habe ich im Dienst A noch eine Kleinigkeit rein programmiert das ist jetzt natürlich auch wieder eine Entwickleranforderung damit das funktioniert und zwar werden die HTTP Header die mit X-B3 beginnen und das sind so vier Stück die da standardisiert sind die Trace ID Span ID Sampled und Parent Span ID die werden alle durch den Dienst A durchgereicht das heißt also wenn A diese diese Dienste von diese HTTP Header von vornherein bekommt dann reicht er die auch hinten weiter und das führt dazu dass die Isolierung hinten eine Kausalität feststellen kann zwischen dem was ging vornherein und was hat das verursacht das hinten rausgeht und dadurch konnten jetzt die Aufrufe die von A hier an B gingen untergeordnet werden unter den Aufruf der vom Ingress Gateway an A ging und das ist natürlich wahnsinnig denn ich sehe jetzt hier meinen Aufruf der insgesamt so was wie 700 Millisekunden gedauert hat und ich sehe jetzt den zeitlichen Verlauf durch die Dienste ich sehe jetzt mein einer Aufruf von der Rechnung hat verursacht dass es hier einmal an B ging dass jetzt hier B aufgerufen wurde mit einem Pfad von V1 Bills Receiver Username Max das heißt das war der Abruf der Rechnungskopfdaten danach der hat 23 Millisekunden gedauert danach kam Aufruf auf die Rechnungsposition der hat dann 61 Millisekunden gedauert und dann kam die PDF Generierung und wenig überraschend hat die natürlich am allerlängsten gebraucht nämlich 580 Millisekunden aber das hier ist wirklich Gold wert wenn man zum Beispiel Performance optimieren will wenn man sich fragt wo sind Probleme wo sind überhaupt Requests lang gelaufen das kann man hier drin sehen das ist sehr viel wert ja und nicht das letzte es gibt immer noch eins weiter es gibt ein Dashboard das ist jetzt wirklich was was von Istio speziell entwickelt wurde das Kiali Dashboard das ist im Prinzip ein Dashboard wirklich nur für Istio das Jäger kann man auch für Standalone einsetzen aber Kiali macht ohne Istio keinen Sinn und zwar muss man sich hier anmelden mit Credentials die man bei der Istio Installation angeben muss ich habe hier einfach mal Admin Admin bei mir lokal gewählt ich habe jetzt hier den Überblick über die Dienste und sehe jetzt erstmal meine Namespaces die bei mir im Cluster aktiv sind und mich interessiert jetzt natürlich der Service Mesh Namespace und darin laufen vier Applikationen die schaue ich mir mal an und insbesondere schaue ich mir analysiert worden wo läuft hier Netzwerk Traffic lang analysiert wo die Daten der letzten Minute und aktualisiert wird das der Graf alle 50 Sekunden das heißt wir sehen hier fast in Echtzeit Daten wo laufen HTTP Requests lang und wir sehen A greift auf B zu B greift auf seine Datenbank zu und A greift auf C zu ich kann auch mal versuchen das ist immer so ein bisschen die Sache ob ich den Graf schöner mache oder nicht ist die große Frage ich kann mal versuchen den Ingress Gateway auch noch mit rein zu kriegen ins Bild da sehen wir ihn aber es sind auch noch ein paar Istio interne Dienste dazugekommen der Gateway greift auf A zu A auf B B auf seine Datenbank und A auch auf C das Ganze ist jetzt wieder ein bisschen umsortiert worden hier ist jetzt nicht wirklich schöner geworden aber man sieht auch der Ingress Gateway ist hier mit dabei und was natürlich richtig spannend ist hier wird angezeigt es handelt sich hier um HTTP und auch beim Zugriff von A auf B handelt sich um HTTP bloß bei B auf seine Datenbank da wusste Istio nicht was es ist und sagt deswegen hier TCP was natürlich aber noch mehr wert ist ist hier kann ich zum Beispiel sehen na da muss ich jetzt wieder hier sieht man als auf B zugegriffen wurde sehe ich dass der Status Code HTTP Status Code 200 in 100% der Fälle zurückkam und das ist natürlich wahnsinnig viel wert denn hier sehe ich jetzt plötzlich wie geht es meinen Diensten hier habe ich den Überblick ich kenne in anderen Firmen ganze Projekte die nur damit beschäftigt sind herauszufinden wer ruft denn ein Dienst zum Beispiel B auf und Istio generiert mir diese Information aus echten Daten das ist wirklich wahnsinnig viel wert ja so viel zu den Dashboards und das war es dann im Prinzip für heute noch mal kurzer Überblick wir hatten über die Fachwörter die wir von Istio gesehen hatten wir hatten den Envoy Filter gesehen damit hatten wir da hatten wir Lua programmiert um den Reverse Proxy umzukonfigurieren wir hatten einen Gateway angelegt um externen Traffic zu akzeptieren wir hatten Virtual Services verwendet um das interne Routing zu bestimmen zum Beispiel hier vorne am Gateway aber auch hier hinten um die Kriterien festzulegen welche Requests sollen an die neue Version welche sollen an die alte Wir hatten eine Policy angelegt um Verschlüsselung zu erfordern wir hatten dann Destination Rules angelegt um zu sagen der Traffic soll auch vom Sender her verschlüsselt werden deswegen hatten wir die für alle Kommunikationsstrecken angelegt wir hatten dann eine Authorization Policy angelegt um zu sagen nur A darf auf B zugreifen das sind so die Istio Fachwörter die wir gesehen haben es gibt noch weitere Istio Fachwörter aber das würde den Rahmen dieses Videos ein bisschen sprengen und deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal sehr für die Aufmerksamkeit ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn euch das Video gefallen habt gibt ihr doch das wenn ihr ein Like abgebt und ein Video über die Kubernetes Fachwörter mache ich vielleicht mal separat wenn ihr das dann sehen wollt würde ich empfehlen den Kanal zu abonnieren da kommt das Video dann auf jeden Fall raus wenn es Fragen zu den Themen gibt schreibt die gerne in die Kommentare unten rein da werde ich schauen dass ich zum Antworten komme und vielleicht noch gerade ein Werbeblog in eigener Sache und zwar bieten wir auch Schulungen an zu diesen Themen die besprochen wurden also zum Beispiel zum Thema REST zum Beispiel zum Thema APIs aber natürlich auch Docker und Kubernetes und so weiter da würde ich mich natürlich auch freuen den ein oder anderen von euch mal kennen zu lernen vielen Dank habt viel Spaß mit den Geräten und schaut euch doch mal Istio an ich denke es ist ein Blick wert die Lernkurve ist zwar steil aber richtig eingesetzt bringt es einem aus meiner Sicht auch eine ganze Menge an Produktivitäts Gewinn vielen Dank bis bald r so ich habe ein so es ist Vielen Dank.